Soll das ein Knochen werden? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Sunil P und wie wir hier sehen, stehe ich vor einem Vanillavulkan. Ice Cream mit Schokostreusel. Kommt mal da oben, da saß schon mein Raptor drauf. Wir wollen uns heute den Livestream, ach den Livestream, die Patchnotizen von morgen, von gleich, von heute, je nachdem. Eigentlich ja in weniger als zwei Stunden beginnt der Patch und endet bis zu drei Stunden danach. Wir hoffen einfach, dass das wieder nur anderthalb Stunden dauert, dann wäre es richtig geil. Wir sind wieder am Berg der Erkenntnis und dann wollen wir uns jetzt den Patchnotizen widmen. Der Patch ist alles andere als das, was man erwartet hat. Er ist eigentlich für Neulinge und für alle anderen relativ lahm. Kann ich schon mal vorweg nehmen einfach. Das heißt, wenn ihr erwartet hattet, dass die Neonwings rauskommen, dass vielleicht die Pembox rauskommen und so ein Zeug, alles. Ja, dann könnt ihr eigentlich wieder ausschalten. Denn, alles das, was kommt, ist das Tutorial. Und zwar kann man mit Schrägstrich Tutorial wieder zurück zum Tutorial gehen. Dann kann man alles das, was man eigentlich verpasst hat, nochmal lernen. Das ist doch geil. Das Tutorial habt ihr vielleicht im Livestream gesehen, falls ihr dabei wart. Wenn nicht, dann seht es dann ab dann. Wenn ihr es wollt. Müsst ihr nicht. Kann man machen. Es gibt auch dann neue Popups, die aufblinken, die dann ein bisschen was erklären. Wenn man das Spiel schon länger gespielt hat, dann wird da nicht viel Neues drin stehen. Ansonsten natürlich für Neulinge. Falls du jetzt angefangen hattest, also genau du Zuschauer, und dachtest dir, boah, das Spiel fing so scheiße an, da habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Jetzt vielleicht ist es besser. Denn jetzt kommt es, das Tutorial. Endlich mal so, dass man dann auch versteht, was man machen muss. Aber wir werden uns das dann mal angucken, denn ich weiß ja nicht, wie ausgefeilt das insgesamt ist. So, dann natürlich sehr wichtig, Winter geht weg. Falls ihr keine Chestnuts mehr habt, oder angebaut habt, die werden jetzt demnächst teurer. Denn die kann man nicht mehr anbauen. Bis nächstes Jahr. Also eigentlich nicht nächstes Jahr, sondern bis Ende des Jahres, bis wieder Winter anfangen ist. Und dementsprechend werden halt neue Frühlingsblumen verfügbar sein. Außerdem, der Hub wird wieder bearbeitet und sieht nicht mehr nach Schnee aus. Glimm kennt ihr ja auch. Glimm war ja doppelt so viel die ganze Woche. Ich hoffe, ihr habt genug gefarmt, habt euch die Allies alle geholt. Denn Glimm wird wieder einfach sein, nicht mehr doppelt. Und gerade das ist natürlich eine harte Erinnerung. Denn ich fand, es war sehr entspannt. Man konnte alles holen. 9000 Glimm war eine Stunde rumrennen. Wenn man weiß, wie. Was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, dass die Zeit zwischen Tränke, also wenn man Q drückt. Ja, vielleicht nehme ich eine andere Portion. Die funktioniert nicht, wenn man. So, dann halt die jetzt. Und bis man irgendwas anderes machen kann. Das dauert zu lange. Oder das fanden die Dauer zu lange. Finde ich manchmal auch. Denn ich glaube, das ist auch der Grund, warum man manchmal stirbt und sich denkt, ey, ich hab doch Q gedrückt. Ich hab doch Q gedrückt. Und dann kommt man da wie so ein Bowser, kommt man da von links rein und spuckt Feuer. Und jetzt wird es dann vielleicht besser werden, wenn diese Zeiten dazwischen, zwischen trinken und irgendwas anderes machen reduziert wurde. Und vor allem, es wurde nicht nur reduziert, sondern es wurde sehr stark reduziert. Das heißt, wahrscheinlich wird die Flasche nicht mal mehr überhaupt irgendwelche Verzögerungen haben. Dann, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf so einer Karte schön bis zur anderen Seite lauft, also jetzt nicht so eine Kleinkarte, sondern so eine Multiplayer-Karte. Ihr lauft die ganze Zeit immer irgendwo hin. Und oben links sind die FPS. Die sind jetzt bei mir schon wieder auf 23, weil ich das Spiel zu lange gespielt habe. Es ist nämlich nicht, äh, es ist nämlich so, ich starte immer mit 60. Na gut, jetzt hab ich 23, weil ich aufnehme und höchstens 30 möglich sind bei der Aufnahme. Aber normalerweise hab ich immer 60. Dann geht man in so einer Welt rein, läuft keine 5 Meter, dann ist er schon auf 30 runter. Und spätestens nach einer halben Stunde bin ich bei 15 Frames, vielleicht auch 10 so dazwischen. Und wenn ich noch eine halbe Stunde rumrenne, dann kann ich die Bilder mitzählen. Und, äh, ja, das nervt mich natürlich. Dieser Patch, das wurde anscheinend gepatcht. Ich hoffe es einfach, denn es ist so nervig, ständig vloggen zu müssen, nur weil die FPS im Keller sind. Und das vor allem in dem Spiel hier, wo nicht viel gerendert, also es wird viel gerendert, viele Blöcke. Aber, naja, wenn man sich hinter der Render Engine, mit der Render Engine auskennt, weiß man, dass hier nicht wirklich viele Blöcke gerendert werden. Und vor allem hab ich ja dann 60 Frames. Und auf einmal, 5, 6, dann denk ich mir, what? Naja, auf jeden Fall geht's weg, ich hoffe einfach. Natürlich werden die neuen Pinatas rauskommen. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt die, ihr habt euch eingedeckt mit Winterpinatas. Ich hatte nicht die, äh, ich hatte zwar auch welche genommen, aber ich hab immer noch das Pad nicht, äh, das Mount nicht bekommen. Aber ich hab ja eh bei sowas überhaupt kein Glück. Na, das ist ja schrecklich. Ich hab, glaub ich, auch nur aus insgesamt 15 von diesen Pinatas, äh, ich glaube, ein oder zwei Winterrezepte und ein irgendein Winterstab rausbekommen. Das heißt also, eigentlich hab ich voll ins Klo gegriffen und häng dann noch mit der Hand drin. Und von der anderen Seite, also an dem Finger, fängt an, so ein, so ein anderes Monster einfach dran zu ziehen. Weiß ich, ich komm da nicht mehr raus. So scheiße ist das gelaufen hier. Aber ich hoffe, ihr hattet mindestens ein Glück. Ich hab ja auch gehört, dass manche einfach daneben standen, zufällig AFK gegangen sind, kommen wieder und gucken, ey, guck mal, ich hab so ein Ding hier unten drin. Naja, ich hab durch andere Pinatas, glaub ich, das Beste, was ich bekommen habe, war, gar nichts, glaub ich, 10 Flugs, die ganze Zeit 10 Flugs, kleben, ne, Infineum kriegt man raus, okay. Aber auf jeden Fall, nicht der Hammer. Chaos Kisten werden wieder neu geordnet und, also, ne, neu befüllt mit anderen Sachen. Und zwar könnt ihr ein Dance Pad und die zwei Kostüme Sharp Shooter und Blood Knight, könnt ihr da rausbekommen. Die werden also auch noch nicht zur Verfügung stehen, anders als in diesen Chaos Kisten. Hier in Club-Welt können jetzt dann nach dem Patch 60 Mann rein. Schon wieder eine Erhöhung. Die haben wohl festgestellt, dass man das noch erhöhen kann. Mich würde das auch nicht stören, wenn ihr so 60 Stück rumrennt. Ist doch ganz cool. Vor allem, na gut, unsere ist jetzt noch relativ klein. Ich drücke immer die falschen Tasten hier. Aber so in größeren Welten, warum nicht? Dann, das muss ich zeigen, das ist wichtig. Da muss ich dann einmal da hinten hin. Das erzähle ich also gleich weiter. Dann kann ich noch sagen, der Candy Barbarian wird, deren Sounds werden ein bisschen abgeändert. Wir wollen uns das dann mal angucken, denn vielleicht wird der dann noch cooler. Ja, uhu, ich mag ihn ja. Meine Candy Barbarian, äh, mein Candy Barbarian Doktor. Oder Doktorin. Komm, schnell. Schnell. Und zwar, was mich immer gewundert hat, ist, es gibt Head, Mask, Melee, Pistol und Stuff. Jeweils als Style Surprise. Aber es gibt kein, äh, keins für die Bögen. Aber man hat in den Style Dingen, hat man das drin stehen. Ab dem nächsten Patch endlich ist es drin. Haben sie wohl vergessen, irgendwie einzufügen. Auf jeden Fall kommt es dann rein. Und zwar bei 200. Das heißt also in, ich würde sagen da. Oder da. Weil eigentlich ist das ja von 200 bis 250, ne? 250. Ne, das ist 250. Ja, doch, in Runen Carver. Also Runen Schnitzer, da kommt das rein. Außerdem gibt es neue Musik für den Ozean. Und die komischen Jump Sounds, die wir uns jetzt mal anhören können. Achso. Die werden verändert. Denn er hört sich an wie mein... Oh ja! Nur, dass ich den viel öfter machen kann. Seltsamer Sound. Seltsamer Hund. Hat er da was im Mund? Soll das ein Knochen werden? Na ja. Vielleicht ist er so ein Reißverschluss. Den kann man von links nach rechts so... Und dann kann er nicht mal reden. Okay. Ähm, ansonsten... Was gibt es noch Wichtiges? Na ja, ein paar Boxen. Und zwar vor allem die Radiant Caches, die ihr in den Skyrims bekommt. Die könnt ihr mittlerweile dann... Also in... Ja, also mittlerweile, ne? Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich glaube, ich hab das... Doch, ich hab das doch. Ach genau, ich hab das schon gezeigt. Und zwar dieses neue UI. Ich denke mal, das wird jetzt da schon drin sein. Vielleicht noch ein paar andere Boxen. Also steht drin, ein paar Boxen. Die Frage ist halt, welche. Vielleicht auch schon die Chaos-Boxen. Ihr könnt das mal schreiben, denn ich kriege bestimmt keine Chaos-Boxen im Moment mehr. Ja, deshalb kann ich's nicht sehen und testen. Das wär natürlich auch cool. Ja, auf jeden Fall wird ja nach und nach die UI komplett geändert. Und in diesem neuen Style, den ich da gezeigt habe... Ja, verbessert. Verschlechtert. Ich weiß nicht. Je nachdem, wie man's persönlich mag. Dann ist vor allem noch eine Kleinigkeit. Und das ist dann auch schon leider alles. Deswegen hab ich heute so ganz ruhig. Wenig Action. Denn der Patch war nicht viel. Ich hab das jetzt auf zwölf Minuten hinaus gezögert. Damit die Folge nicht ganz so kurz ist. Und ihr euch denkt, warte, nur zwei Minuten? Der Patch läuft nur drei Stunden. Oder halt anderthalb. Und so habt ihr mindestens gleich 15 Minuten rum. Dann könnt ihr ja schon mal gucken, ob's wieder angeht. Ob ihr schon wieder reinkommt. Ja, und es gibt noch neue Sounds. Und zwar für, wenn man trifft. Und wenn man getroffen wird, dann kommt der gleiche... Dieser Schlagsound. Und der wird jetzt getrennt. Also wenn man getroffen wird und wenn man Schaden austeilt. Die werden getrennt, die beiden Sounds. Oder es kommt ein neuer dazu. Damit man das merkt, wenn man selber Schaden bekommt, dann andere Schaden bekommen. Ja, das war jetzt einfach der ganze Patch. Der ist halt schon ein bisschen ernüchternd. Man hatte Hoffnungen. Ich wollte die neuen Neon Wings haben. Ich mein, die sind alle schon implementiert. Ich frag mich, warum die die nicht einfach freischalten. Denn die neuen Mounds, die zwei neuen Pemborg und Infinium Pemborg, auch die wurden nicht angekündigt. Ich bin echt gespannt, ob die einfach nur vergessen haben, in den Patch-Notizen das zu schreiben. Oder ob die sich gedacht haben, ach, wir warten noch ein bisschen, machen wir nächste Woche mal so ein riesen Patch wieder. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Truth. Ciao. Ciao.